moin leute was geht hier ist wieder der geist heute möchte ich euch zeigen wie ihr die winterfest herausforderung wer mit ich in der winterfest loge am kamin auflösen könnt und zwar leute besuchte dafür die loge und dann müsst ihr auf den nussknacker drauf sobald ihr drauf seid erscheint am kamin das wort tostig dann könnt ihr auf das kamin draufklicken und sobald ihr diese sicht habt sollte die challenge beendet sein ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja leute lasst doch einen daumen nach oben da ein abo wenn nicht schlecht und auf ehre könnt ihr meinen creator code in den item shop eintragen geist annehmen vielen dank bis zum nächsten mal